In diesem Video zeige ich euch, wie ihr an alle Collectibles in diesem Level rankommt. Um an die letzten Dinge zu kommen, muss man jetzt die falsche Mütze auf und zu machen. Auf diese Art und Weise gleitet man wesentlich weiter. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch geholfen hat. Und für mehr Super Mario Bros. Wonder-Content, klickt auf eines der Videos neben mir. Haut rein!